ich begrüße euch ganz herzlich zu dem heutigen video und zwar heute haben wir einen ganz besonderen tag denn wir haben neumond und sonnenfinsternis neumond im skorpion bereits jetzt schon um 11 uhr um 11 uhr 48 ich habe euch die karten mitgebracht und jetzt schauen wir auch direkt rein was will uns dieser neumond im skorpion mit diesem sonnenfinsternis also auch wirklich mit bringen so ich möchte euch vorab schon sagen dass diese beiden ereignisse jetzt der neumond also im skorpion und am achten der vollmond im stier wird auch besonders sein denn da haben wir einen mond für ein finsternis und auch wirklich finsternisse können auch sehr viel bewirken also beide ereignisse sind extrem extrem wichtig und jetzt was du beginnst in diesem neuen und es wird langfristig langfristig etwas bringen oder was du jetzt los lässt wird das für immer kannst du für immer etwas loslassen für immer ist es vorbei und wie gesagt also was du beginnen willst kann wirklich die kommende lange zeitraum bis zu 18 jahre kann das andauern oder anhalten wenn du jetzt neuen job beginnt eine neue liebe beginnt oder was weiß ich was du neu beginnt ja neue richtung einschlägt oder eine hauskauf kauf unterschreibst also dann würde ich dir wirklich jetzt den datum auch wirklich empfehlen ja auch für einen vertrag ja also war warum geht es denn jetzt hier heute um deine offenheit um dein weit blick geht es darum und es geht auch darum um horizont zu erweitern neue wege zu gehen diese wahre größe kraftintuition kommunikation lebensfreude sehr kraftvoller und guter tag wenn du auch jetzt das gefühl hattest ja vielleicht die letzten tage war nicht so doll ja aber schauen jetzt mal weit also deine sichtweise kannst du ganz anders verändern du kannst in der resonanz gehen auch in der liebe und bewusst werden mit deinem seelenpartner auch die muster kannst du erkennen wenn du die muster erkennst dann sage ich dir ist es auch wirklich wichtig dass du diese alte muster auflöst und das mache ich mit euch in meinem coaching programm und du kannst dann halt die neue muster auch manifestieren da begleite ich dich auch eine einige zeit um deine gefühle freier fließen lassen zu können und in der fülle bewusstsein zu kommen ja ich habe hier noch mal die befreiung und der lebens berufung und lebensziel ich verbinde mich mit meinem ureigensten potenzial und vertraue deinen träumen also ich habe ich habe auch einen intensiven traum gehabt also ich hatte kein so sonderlich schönen traum gehabt ist am liebsten würde ich es vergessen wie gesagt aber träume sind auch was von unterbewusstsein hochkommt ja und du sollst dich da mit dem thema auseinandersetzen du bist gut genug vollmund im jungfrau und nichts ist in stein gemeißelt und träume brauchen einen plan siehst du also wenn du jetzt natürlich ein albtraum hast dann ist das nicht so schön wenn du traum hast woran du arbeiten möchtest also wir sind auch jetzt bei sieben tagen sieben wunder ich hoffe du bist auch dabei und hast du das nicht verpasst und nicht versäumt also das ist wirklich wunderbar so die energien sind kraftvoll also ich habe schon total positive ereignisse auch in meinem leben erfahren wirklich wo ich gesagt habe wow jetzt hast du diesen kurs der wunder im leben gerufen sieben tage sieben wunder und schon passieren so viele positive dinge ja also es geht bei diesem neuen und ich drücke die liebe aus die ich im herzen trage und dann sie noch zwei karten gekommen für den neumond ja also für den männlichen das mond fest fordert dich auf dich von den strapazen der vergangenheit zu reinigen und dir bewusst zu werden dass sie nun hinter dir liegen es ist zeit für dich auf deinen winterschlaf zu erwachen dich von alten vorstellungen frei zu machen und aufzublühen und hier für den weiblichen anteil es ist zeit auf deine eigene zyklen und rhythmen zu achten und diese zu ehren und dir deine eigene schwingung bewusst zu werden und diese perioden sind heilige zeiten und jede für sich möchte beachtet werden so das ist schon mal vorab also ritual gibt es auch von mir also ich würde dir empfehlen das ist sehr besonders diese ritual weil das viele machen wollen also und ich nehme nun wirklich sieben teilnehmer teilnehmerinnen also ich freue mich natürlich wenn du dabei bist und dir auch einen platz sicherst also alles findest du in der infobox unter dem video lass uns beginnen so dann schieben wir diese mondkarten so ein bisschen zur seite wie ihr seht habe auch hier diese tolle herzchen immer wieder dabei so konzentriert euch und hier kommen eure magische wünsche hinein was ihr in den nächsten 18 jahren leben wollt also überlegt gut was du beginnst was beginnst du denn wow ich habe hier die mondkarten mit aber ich habe jetzt die zusatz mondkarten mit ja denn die werden auch viel zu selten benutzt und das sind auch dieses mond nachts den slennomon naja da eine andere deutungsweise also warum geht es hier es geht um deine schönheit um die entfaltung ja um strahlkraft also wie du siehst der der die lampe es geht um deine strahlkraft dass du im balance bist darum geht es denn ja und dass du dich auch stück weit öffnest dann wird er dir auch der hand reichen also er ist momentan mit seinem inneren kind themen beschäftigt also er findet jetzt auch wirklich in diesen richtung licht zu dir und es ja es ähm wie soll man das sagen es läuft es läutet bei ihm jetzt es läutet ihm vieles ein also er erkennt vieles er sieht jetzt alles und ich habe wirklich das Gefühl der hat einen zugang zu diesem alten spirituellen wissen also die pyramiden sind wirklich auch das hat auch wirklich was damit zu tun dass ihr schon auch wie gesagt auch in der früheren inkarnation zusammen wart und ich habe das gefühl dass er sich jetzt seinen mann steht und das bringt ihm die auch stück weit näher denn das geht in der fülle bewusstsein und das ist wie so eine gute gute alte wein also das reift so richtig und auch durch die dörnern durch die verletzungen hat das ganze mit euch richtig gereift ich habe das gefühl er hat so deine besonderheit erkannt und die schildkröte symbolisiert hier auch wirklich wenn auch langsam aber die schildkröte wächst auch immer kontinuierlich ganz langsam sie werden richtig richtig alt das sind richtig weise tiere und er kommt in diesen friedvollen friedensvollen bewusstsein so friedvoll er möchte frieden mit dir schließen da kommt hier das feuer der feuer symbolisiert hier entfacht sein feuer und er kommt dir der brücke entgegen so ich lege jetzt die karten für dich aus das sind ja wie viel haben wir jetzt gesagt vier mal die vier mal die neun genau jetzt schauen wir vier mal die neun was die karten für dich sagen gucken wir mal aha so mit deinem seelenpartner ich werde auch mal was besonderes für euch mal zaubern aber wie gesagt jetzt sind da auch so viele ereignisse jetzt auch bei mir diese sieben tage sieben wunder dann wie gesagt am wochenende habe ich auch noch eine mediale ausbildung 2 4 6 7 8 9 im hotel bergheim also wie du siehst also sind einige sachen und deswegen bitte ich um verzeihung und wenn ihr natürlich eine kostenlose erstgespräch buchen wollt für das coaching ja so also ich freue mich total auf euch aber seid ihr dessen bewusst seid ihr es auch wirklich wert das wirklich zu machen denn du kannst wirklich oder ich kann am besten mit leuten arbeiten die auch wirklich an ihrem leben was verändern wollen und auch dafür bereit sind wirklich zu wachsen auch ihre themen anzuschauen manchmal auch wirklich themen anzuschauen das kann auch wirklich schmerzhaft sein und deswegen findet man vielleicht auch manchmal so eine ausrede fühle in dich hinein fühle in dich hinein bist du denn bereit und wenn du wirklich bereit bist dann fühlt dich das auch in eine erfüllte ich sage ich sage euch das das sage ich nicht umsonst sondern aus erfahrung und wenn das so der fall ist dann kannst du diesen kostenlosen erstgespräch nutzen aber wie gesagt wenn du wirklich innerlich was verändern willst nur dann denn dann schaffst du das auch ja wow also die karten sind schon hier mega ja das gefällt mir und da ist wirklich die energie spür mal wirklich hinein auch wenn du diese sonnen findest dann ist vielleicht nicht siehst oder so ne ich hab da auch gucke an das ist so die zusatzkarten das sind 65 also die sind nicht so voll ja ich kann es jetzt nicht ändern dann machen wir das so ich wusste gar nicht dass die zusatzkarten so aussehen aber ich hatte diesen impuls mit diesen karten heute zu legen so lass uns beginnen das wird auch schon ein mega video ich sehe das schon also ich sehe hier also was jetzt wirklich los ist also ich sehe schon dass er so deine besonderheit erkannt hat teilweise kann aber auch sein dass er denkt er wäre zu klein er wäre es und sondern er wäre so anders wie alle anderen vielleicht kann auch sein dass er sich so betrachtet und darum hat er die maske vielleicht kann auch sein dass er deswegen das so ein bisschen auf eis gelegt hat und hat sich die situation angepasst also hat er gesagt ich bin anders ich ich passe mich der situation an er hat sich das so selber erlaubt sage ich jetzt mal im grunde er muss diese besonderheit sollte er wirklich als eine schatz erkennen dass er sagt ja gerade dass ich so anders bin gerade dass ich es bin gerade dann bin ich was besonderes gerade dann ja und es geht auch darum wie gesagt ja also wirklich seinen wert zu erkennen und das kann er wirklich mit der zeit und mit der ruhe in dem er meditiert und nach innen schaut und so weiter wir schauen jetzt weiter wie geht es denn auch wirklich mit euch dann weit ich sehe hier eine biene also biene symbolisiert für mich den fleiß also fleißig und kontinuierlich an sich arbeiten und wirklich die transformationsphase einzuleuten bei ihm das wird dann also richtig wirklich fruchtbar sein das wird ihm nähren diese transformation also wenn er das erkannt hat wird ihm das nähren ich sehe hier dass die engel ihm in diese phase des sterben sagen wir mal also das ist dann wirklich bestimmte muster loszulassen ihm unterstützen weil sterben und wieder neu geboren werden so das sagt man in der das ist dann in der spritualität also diese werde sterbe und werde prozess ne also unterstützen ihm die engel und er kann wirklich hier eine neue verbindung mit ihr eingehen wie wie eine neue netzwerk allerdings er braucht auch wirklich schutz denn also er muss wirklich erst mal seine besonderheit seine schönheit seine positive dinge erkennen und wenn er sich da öffnet ja dann braucht er sich auch nicht zu verstecken und auch keine schutz hier aufzubauen was ich sehe das wird ihm jetzt durch diesen sonnenfinsternis klar er wird das erkennen und kommt das ganze im gleichgewicht ich habe das gefühl da läutet bei ihm dann klinglingling da geht ein licht auf da geht ein glöckchen die bimmeln die glöckchen denn er findet aus diesem karussell wenn er durch das augen seines inneres kindes schaut dann wird er bereit sein auch wirklich seinen mann hier einzustehen und das ist wirklich aus dem vor inkarnation er wird auf jeden fall zu dir kommen das wird hier eine fülle bringen das ist wie so ein alter wein durch diese ganze ganze verletzungen ist er seine bereitschaft ist da der öffnet sein herz wie gesagt auch wenn es langsam friedvoll kommt er dir wie gesagt mit dem brücke entgegen und das ist wirklich mega jetzt schauen wir mal so ein bisschen in seine umgebung so ein bisschen an also der ist sehr spirituell der hatten engelhafte unterstützung ich nehme ihm jetzt so auch wirklich wahr also er schaut genau die dinge an ich nehme jetzt auch wirklich war das hier dass er hier seine hand auch wirklich öffnet und also das sehe ich schon total positiv dass er eine grundoffenheit mitbringt und er wird auf jeden fall friedlich auf dich zukommen er wird dir eine entweder eine whatsapp oder irgendwie eine friedvolle energie und dann knallt es bei dir dann knallt es richtig bei dir durch diese sonnenfinsternis und überlege gut was du da wirklich machst denn das wird besonders sein also wie gesagt wenn du gerne nochmal einen persönlichen termin willst also für deine situation wirst du das beleuchten beleuchten dann melde dich wir fragen wie steht er zu dir dein herzensmann oh gott guck dir das mal an ist die karte runtergefallen und bei mir ist das eine besondere ja was besonderes wenn die karte runterfällt also du wirst mehr geliebt als du dir jemals vorstellen kannst denke stets daran ich liebe dich das knallt und der neuanfang ein neues abenteuer erwartet dich empfang es mit offenen armen neuanfang lebe deine träume volle leidenschaft ich hoffe das hat dir gefallen ich freue mich heute natürlich wenn du bei sieben tage sieben wunder dabei bist ne und ja ich freue mich auch wenn du beim ritual dabei bist melde dich dazu an ich sage dankeschön und bis bald bitte ich freue mich heute zwei Musik Musik